Jetzt werde ich auch noch reingeschossen, natürlich. Jetzt schlafe ich schon. Gute Nacht. Ich schweige jetzt trotzdem nicht. Ich bin jetzt frech. Toten reden aber nicht. Ja, ist mir egal. Ich lebe dir wieder. Toten reden nicht. Gerade Twitter gewesen, weißt du. Und was ist, wenn du von einem Toten ein Tonband findest nach seinem Ableben? Dann rede ich nicht. Dann ist wieder dein vergangenes Ich. Okay, gut. Wer hat das auch geklärt? Danke. Ich bin sofort wieder da. Achso, und du willst... Wir haben doch gelernt, wenn ein Toter redet. Nein, nein. Alles okay. Wir haben doch gelernt, wenn ein Toter redet, dann sind das die letzten Zuckungen. Achso. Ah ja. Wir haben aber sehr oft Zuckungen anscheinend. Ja. Ja, die können ganze Worte aussprechen. Ganze Sätze. Na dann. Dann darf heute der Schocksignalansage machen. Nein. Doch. Keine Widerworde. Und zwar in drei, in zwei, in eins und go. Kann jeder sagen. Ich war nicht einmal Traitor in dieser Runde. Was kann jeder sagen? Was? Ich glaube, Punky war... Zweimal. Ja, zweimal. Zweimal Punky, zweimal Schocksick, einmal Sepp. Das sagt doch schon alles. Hm? Hm. Das bedeutet, dass jetzt Kass Pommesalat garantiert mindestens vier Mal Traitor sein wird. Wenn ich jetzt das Ticket habe, ne? Oh Gott. Ja, dann hast du ein Ticket. Der Ticketdienst ist momentan geschlossen. Ach, die Map, die wir vorhin geskippt haben. Vietnam Flashbacks. Aber hier hat man... Hier sind coole Traitor-Räume. Was sind denn NAM Flashbacks? Vietnam Flashbacks. Ach nee, das ist hier gar nicht. Das soll irgendwie eine Schule darstellen. Und, Esbi, du darfst als nächstes die Ansage machen. Und zwar in 3, in 2, in 1. Trotz Telefon. Grüße. Ja, ich wollte mal wissen von dir, ob du eine Waschmaschine bereits angeschlossen hast in deinem jungen Leben. Gut. Eventuell komme ich da mal auf dich zurück. Aber jetzt muss das Ding erstmal geliefert werden. Äh, nee. Ihr habt morgen einen vollen Terminplan. Nee, das wurde schon vorgeschlagen. Ist abgelehnt. Nein, nein, nein. Das machen wir nicht. Teile aus der Community haben das schon gemeint. Dann kann ich ja da ein Two-Time-Video machen. Ist klar, voll klar. Gut, ich bin noch weiter in der Aufnahme. Ich sage mal bis später. Tschö. Wieder da. Hä? Wie jetzt? Hä? Das war doch nur ein kurzes Telefonat. Ja, aber Schockseck wollte essen. Ach so. Okay. Und Seppel macht sich dann jetzt auch essen? Oder holt sich jetzt auch essen? Alles klar. Ja gut, es ist 19.05 Uhr. Aber war cool. War schön. Danke dafür. Kein Ding. Ich will morgen gehen nochmal, ne? Äh, nein. Nee, 10. verlassen. Genau. Sonntag. Ja, Sonntag. So, dann einmal. Ja gut, du bist ja auch nochmal kurz AFK. Ja. Bis dann. Bis dann. Schatzi.